Hey Leute und willkommen zurück zu WePlayer in dieser Kasse-Stories, heute mit House of Green, yeah! Wir wollten doch so Exorzist spielen. Ja, aber das funktionierte doch nicht, Chris. Also funktioniert das jetzt auch nicht, oder was? Ja schon, wirst du. Was würden wir machen? Das, was wir machen würden. Wir schaffen. Der Flanke folgt mich. Wie kann einer einen Schrank verfolgen? Er kann's, siehste? Oh mein Gott, ein Schrank! Oh mein Gott, ein Stuhl! Was war das jetzt? Wie lang muss ich? Vorfass ich dich jetzt gerade so erschrocken. Weil er direkt bis zugegangen ist gerade eben. Sieht irgendwie hell. Ein Neu-Witz. Fliegende Barrel! Was ist das Mini-Alkohol-Fass zum Mitnehmen? Das gibt's auch nur bei 1&1. Vor allem schwebt's dann an der Decke und rollt an der Decke entlang. Was ist denn das bitte für die Custom-Story? Es erfolgt uns die Rüstung gleich. Wo bist du? Ich hab den Kopf weggenommen! was geschrieben alter wovor schreckst du dich die ganze zeit ich sehe nichts die börsen folgen mich der alkohol kommt zu tun uns gar nichts laufen bestimmt die schlümpfe unten drunter oder masse davids studio was machen sie jetzt ist porno studio jetzt wäre es cool wenn er dich anschauen wird auf einmal wenn das so sein kopf ganz schnell überdrehen wird es sehr cool sehr sehr gruselig der gefurt der sehr gefurzert kurzkissen story sorry for the game i dont like you und i dont forgive you for the game room jade 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 Das muss ich auf jeden Fall nicht verstehen. Aber die Musik gefällt mir dazu. Welcome to the Freak Show, lalalalala. Da war die Schere. Und hier ist ein Schüssel. Machen die immer noch weiter? Und hier geht's rein. Yay, Scher-Dance! Lalalalalala. Welcome to the Freak Show, lalalalalala. Was ist so offensichtlich, das ist... Aber ich dachte, die Amnesia ist gruselig. Die Katzen-Story irgendwie hier nicht. Die ist gerade sehr witzig. Welcome to the Freak Show, lalalala. Die Freak Show. Ganz genau. Wenn unsere 1&1-Story auch so wird, dann hat sich ein Glückwunsch. Was verfolgt uns jetzt hier drin? Der Böse ist auf der Welt. Auf jeden Fall kriegt unser Charakter gerade total Panik vor dem Bösen. Ich wusste schon immer, dass Hausarbeit das Böses ist. Sparr den Bösen in den Schrank. Kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht. Ach, schade. Hey. Genau deswegen halt ich mich von Amnesia fahren. Also das ist ja immer noch das Geilste. Diese Figuren, die da am Boden rumzimmern, faszinieren mich. Warte mal. Wer hat mir zu dem Bullshit? Ich will mitfahren. Ja, versuch ich zu. Judy Eisenbahn, wer will denn denn? Sich an. Alleine fahren mag ich nicht, deswegen stehe ich jetzt auf die komischen. Oh, keine Musik mehr. Oh, Barrels are dead. Ähm, ja. Dance in the Barrels. Okay. Muss ich dich verstehen. Schlüssel. Welcome to the Freak Show. Es ist so bittig. Tja. Tja, vielleicht solltest du nicht sein. Das war das Creepy House. Vielen Dank fürs Spielen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, ja, genau. So, was greifst du uns jetzt an? Den Raum kenne ich. Es gab nämlich zwei Teile von House of Creep. Na ne, mehrere Teile, nicht nur zwei. Sind alle so scheiße wie der? Nein, die sind eher... Ähm, ja. Jetzt kommt doch wahrscheinlich gleich ein Creeper um die Ecke. Genau. Okay, jetzt hat's mich auch gerissen. Obwohl du uns schon eine Sekunde vorher... Wow. Was? Alter, leck mich auf den Arsch. Hat mich grad zusammengezuckt. Arschloch echt. Du kanntest das, oder? Nein, ich wusste es nicht. Ich hab mich selber zusammengestreckt. Alter, leck mich auf den Arsch. Hat mich grad... Alter. Okay, der war gut. Wegeschlüssel passt jetzt? Keiner der. Oh, Wassermonster. Hm, glaub nicht. Warum will ich schon was öffnen, was schon offen ist? Dann packern wir schon einmal. Alter, wie groß der ist! Das Viech kam uns grad entgegen, du. Wie seh ich jetzt mit? Mein Kuscheltier. Mami, guck mal was ich auf dem Flohmarkt gewonnen hab. Was ist denn das? Was? Ich will dich öffnen. Ich will dich öffnen. Ist das die öffnen? Ich glaube ja. Yay, geschafft! Jetzt... Nein, Alter, komm. Ist doch billig. Geil. Das war's jetzt aber... Komm. Das war mal kurz. Witz. Aber so soll mir... Ich hab nämlich ein Beat zwar dabei? Cool. Das ist ja gar nicht toll. Hab ich gar nicht mitbekommen. Die war trotzdem nicht toll. Ich war witzig. Ja, witzig, aber nicht gruselig. Und amnächst ja, soll ja gruselig sein. Ja. Custom Stories können einfach irgendwie sein. Mir wurde ja erzählt, dass Custom Stories meist gruseliger sind als normale Spiel. Ja, manchmal schon. In dem Fall auch nicht. Maul. Welche Spiel wir jetzt? Ich glaube, wir sind auch mal durch. House of Creep. Heiz 2 und 3. Aufwässig eh den... ganzen Nacht... verfolgen wir. Zwei... Angst und so. Ja. Egal. Also Leute, man sieht es jetzt mal wieder bei... Replay um diese Custom Stories. Bis denn. Ja. Tschüss. Oh.